Was geht Leute? Mein Name ist Lotte D-D-Danny P-P-P-Burnich Willkommen back zu einem neutem Live-Kommentary hier auf meinem Kanal Heute werden wir übrigens erstmal Prestige drücken Prestige-Modus, mehr erfahren So, jetzt sind wir wieder Level 1 Einfach so, Spaß, weil ich brauche hier irgendein Ziel, um das Spiel zu spielen Und mein momentanes Ziel ist einfach nur aufzuleveln und hör zu kommen Ich glaube, ich habe noch nie das Ende des 10... Also das letzte Prestige habe ich noch nie erreicht und... Ah, Waffenspiel, okay, nice Auf dieser Map? Ernsthaft? Downhill? Ich habe das Gefühl, diese Map kommt nie Was ich mich eigentlich wundere, so Ja, genau, jetzt sind wir hier wieder drogenabhängige Menschen Aber das ist vollkommen in Ordnung Äh, was ich mich wundere Wenn ich die MapX deinstalliere Oh mein Gott, ich da... Oh, das war sehr knapp Wenn ich da gestorben, dann wäre ich nicht so ganz glücklich Ich sehe da hinten welche Aber wenn ich die MapX deinstalliere Äh, kommen dann mehr Lobby's Das würde mich mal interessieren Wenn ihr das wisst Wäre es nice von, äh... Ja, das müssen wir zu erfahren Hier müssen wir aufpassen So, der Typ kommt von hier Und von hinten kommt einer Wo bist du? Zeig dich Oh, der, okay, beide sind tot nice Ich will das unbedingt gewinnen Oh, da hinten sind alle Was ist denn los, Alter, da hinten? Oder ich... Oh nein, wie ich die davon nicht leihen kann Oh mein Gott Oh! Ja, nein! Hätte er abgeschossen Das wäre so nice gewesen Das wäre so nice Da ist einer, ich sehe ihn Ich werde ihn holen müssen Oh, das war knapp Das war sogar ziemlich knapp Da haben wir eine Reaktion Nicht ganz mitgespielt Vielen Dank Dritte Waffe Ich bin allerdings noch nicht erster, leider Nice, vielen Dank Da hinten ist einer Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay, der läuft nicht hier lang Der ist nicht interessiert an uns Der sucht sich lieber einen anderen Aber ich will, dass er mich will Haha Ich will unbedingt gewinnen Wow, da führt er aber in der Extrem Er führt's Das verstehe ich nicht Wie kann er führen? Das kann gar nicht sein Wir müssen gewinnen Oh nice, 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 nice Der Typ, ich sehe dich Nice Der ist anscheinend nicht so gut Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Schneemann, bist du? Schneemann, ertäuscht mich nicht, bitte Nice Nice, 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 nice Wie führt er mal noch nicht? Er führt mit einem Kill? Ich kann das gar nicht glauben, was da gerade geschieht Wow Oh mein Gott Wie führt er? Wo ist er denn bitte, dass er führt? Wer führt eigentlich? Oh mein Gott So, nice, nice, nice Ich will unbedingt aufholen Ich meine das wirklich ernst gerade Ich meine das ist wirklich, wirklich ernst gerade Ihr glaubt gar nicht, wie ernst ich das meine jetzt Komm her, komm her Da hinten ist einer Von wo? Ah, ich hab ne Nein Okay, es ist auch bei den Snipern, glaube ich Danach kommt er auch ne Sniper Nice, 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 nice Komm schon Gott, der Typ ist gut Wow Oh Mann, 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 Mann Ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren Ich kann nicht glauben, dass er so hart übel führt Ey Das ist irgendwie unglaublich für mich Oh Ist das der? Ist das er? Könnte ich mir vorstellen Ich glaube, das ist er sogar gewesen Oh, das ist auch ne Sniper Oh, ich hab's vergessen Oh mein Gott Ja, nice Komm schon Wie, ich werde gemessert oder so Oh, Hitmarker, genau Hitmarker Nanana Lala Nice, nice Gib mir den Crossbow Gib mir den Crossbow Ich warte hier Wo ist er, wo ist er, wo ist er Da hinten ist einer Aber, ah Mann, ich weiß nicht Auf die Map Ah Das war schlecht Oh Das hat ihn killen können Ja Hab ihn bekommen Nein Ich hab ihn nicht bekommen Oh nein Ich will gewinnen Ah, das war der schlechteste Yeah Wuuuh Ah, ich will so gerne gewinnen Ah Dieser Bastard Ich kann dir nicht leiden Er war immer Vor mir Er war die ganze Zeit Er war die ganze Zeit Auf dem selben Level wie ich Und deswegen will ich unbedingt gewinnen Damit ich ihm zeige, wer der wahre Boss ist Aber das ist schwer Heutzutage kann man nicht so leicht zeigen Dass man ein Boss ist Naja, ich bin grad aufgeregt Oh Oh mein Gott Er hat gewonnen Oh nein Oh Ich bin grad enttäuscht ein bisschen Und saurig Ich hätte gewinnen müssen Ich war der Erste Jetzt habt ihr auch ein Spiel gesehen Wo ich verliere Aber ihr durft sowas nicht sehen YouTuber gewinnen immer Es ist fake, glaube ich Dieses Video ist fake Ja, dieses Video ist definitiv fake Das geht gar nicht YouTuber können nicht verlieren Habt ihr schon mal ein Video gesehen Wo YouTuber verloren hat Ich meine Ich könnte einfach eine neue Aufnahme starten Aber das tue ich nicht Ich hab verloren Es war ganz knapp Aber es war sowas von knapp Und sowas von nice Also vielen Dank für's zuhören Und wenn es euch gefallen hat Dann zeigt wie Badass Ihr seid und liked dieses Video Show auf meinem Kanal Wobei mehr Videos sehen Die ich produziert habe Und abonniere jetzt Um uns in der Nation beizutreten Und ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Und dann Wiedersehen Und dann sage ich mir mal Nur noch 3 2 1 Was geht Leute Mein Name ist Danny Willkommen back Hier bei einem neuen Plan vor allem Black of Science Einem alten COD Einem sehr alten COD Wie Und Says